Und das sind wir auch schon wieder mit Alarm für Cobra 11 Burning Wheels Nein, hier geht es immer nicht weiter Dann suchen wir mal neue Mission Hey Jungs, die Gumballers sind in der Stadt Dieses Mal wollen wir sie uns unbedingt schnappen Da kommt ihr ins Spiel Ja, war klar, geht es auch mal ohne uns? Natürlich nicht, wie sie sind für Cobra 11 Einglärmung Also, die Gumballer sind hier Wir haben am Ortsausgang Rheinufer eine schicke Sperre aufgebaut Ihr müsst sie uns also nur dorthin locken Sie werden euch schon folgen, wenn ihr sie mit dem Sportwagen nur etwas ködert Vorher müsst ihr aber von jedem die Daten durch den Fahndungscomputer jagen Ihr wisst ja, wie das am neuesten läuft Einfach einige Sekunden hinter dem Fahrzeug herfahren Bis der Fahndungscomputer sein Okay gibt Ja, ja die Technik Und bald ist alles so automatisiert, dass man beim Fahren nicht mal mehr den Kaffee aus der Hand nehmen muss Erzähl nicht zu viel Macht einfach, was ich gesagt habe Und alles wird gut Aber gerne doch, Hotte Na los, sie mir gib Gas und bring Hotte seine Beute Bring dem alten Mann, was er will Und mit dem alten Mann meine ich diesmal nicht Kohl Sondern Kohl, weil dann wäre es Kaffee Nein, ich meine Hotte mit seinen Gumballern Bei dem anderen alten Mann können wir bestimmt auch mal hier sein Kaffee bringen Der ist doch süchtig nach Kaffee Ah, da hinten sehe ich doch schon mal einen großen roten Pfeil Hallo Hallo Mann Hm, keiner da Hallo Mann, wo kommt ihr denn her? Hallo Mann Hier abhauen ist die Neid Alter, geht mir auf den Weg, Kollegas Hier stört nur Was noch stört sind Die anderen Autos Und dass es hier so viele Kurven gibt Ich brauch mal gerade Strecke oder sowas hier Ja Perfekt, da fallen sie noch Nein Von der Zug kann ich etwas länger sein Das war jetzt so klar Die kommen rein, aber Ich verpasse fast die Einfahrt hier War jetzt so klar Alter Muck nicht auf Oh, schneller Wie, jetzt ohne Limit? Nice Erstmal ein wenig Nitro geben Hier unsere schön bekannte Abkürzung nutzen Bierring abkürzen Nie zu geben Und gleich kann ich auch Zeug sagen See what I can Wächter Geh's mal nicht hier Austricksen die Neid Ganz toll Riesensprüche klopfen Aber dann die einfachsten Dinge nicht geregelt bekommen Jetzt müssen wir auf das nächste Jahr hoffen Was willst du denn? Ach so, stimmt ja Ich muss nicht fangen Bevor die hier auf die Autobahn kommen Da war ja was Nächster Fail Ich fahre ja fast schon so schlecht Auto wie Jessie Und nein, das ist ja das Schlimmste für mich So schlecht Auto zu fahren wie Jessie Zumal das Spiel hier ein realistisches Schadensmodell hat Hier hat man kein Alamantiumgehäuse mit Titangestänge Das einfach mal alles wegsteckt Der Ding hier ist mehr Simulator als Need for Speed Ah, ich hasse das hier Hubbel 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 See what I can See what I can Ich kann dich einfach mal so umdrehen So, und jetzt sage ich aber mal so richtig hier See what I can Und Biat Und einmal bitte 180 Grad Wendung Please follow me Und jetzt sage ich mal so umdrehen Das cool ist es Egal ob du jetzt vor dem bist du oder nicht Die kommt trotzdem ins Ziel See what I can Oh, da sind sie auch schon Na, dann kommt mal mit hier Machen wir noch ein wenig schneller hier Oh, fünfter Gang Jihaa, senkrecht fahren Das wollte ich doch eigentlich erst ganz zum Ende mit dem Protoship machen Senkrecht an der Wand fahren Verdammt Ja, fliegen So 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 Gleich haben wir es geschafft Oh, ich bin mir aus dem Weg, ey Und see what I can Und... So schnell werden die Gumboller nicht mehr durch unsere Stadt kommen Und ihre Sportwagen Die gibt's für uns zum Ausprobieren gratis dazu Das Dumme ist nur, die sind eigentlich noch gar nicht da Die dürften mir im Haushalt schon auffallen Die sind noch nicht mal da Aber ist uns ja egal Ähm... Nur, da war schon ein Neuwagen Me too like Ja, der Wagen ist auch nice Erstmal hier überschlagen Festhängen Jeeey 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 Ich fahre mein Auto an! Mein armes, armes, armes Auto! Oh maaaannn! So! Da ist die nächste Mission! Aber was da passiert, seht ihr erst beim nächsten Mal! Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Hannibal!